So, willkommen zurück. Es ist 4 Uhr früh und ich kann einfach nicht schlafen und ich scheine hier total auf Droge zu sein mit den Rehen. Hier ist das Riesending, also der Wulsch wahrscheinlich. Oh, er rührt. Was war das? Neule. Der Pidior ist explodiert. Oh, er fliegt. Ist so weg. Oh, wo bin ich? Das ist eine kranke Scheiße, Mann. Oh Gott. Wo bin ich jetzt? Die schnellen Fische. Wo ist der Wegweiser? Oh. Ich kann nicht rennen. Warum kann ich nicht rennen? Okay. Ich frage mich, wie der da hochkommt. Undeisch. Ich bin da so weg. Oh Gott. Ich bin da so weg. Okay, jetzt fliegen wir wieder. Ich weiß nicht wohin. Alter, ein Wasserfall. Wir stürzen ab. Was ist das denn? Wie geht's denn? Jetzt wird's krank. Alles klar, nur gestorben, wird reingezogen oder was? So viel zu doch nicht. Oh, hier sind nur gefährliche Tiere, die mich alle fressen würden. Boah. Boah. Geil. Boah, der Bär. Weiss, wie groß die alle sind. Zähmen. Dusch, dusch. Dusch, dusch. Du, umifakui, jausubloha. Süß, hat's mir zugezwinkt. Vision der Bestien abgeschlossen. Nice. Gesunsch. Das ist ein Tor. So, jetzt geht's. So, nicht wahr. Das ist gut. Um, das ist gut. Ich muss jetzt die Leiterung machen. Wie ist das passiert? Pshraaash, u hae Gwarbdi, u bargwashayu tushidaha, usai di yudhyaugadaha. Gwarbdi, faran habandata, kubbalasan gwar habandamagata. Gwarbdi, faran habandata, usai di yudhyaugadaha. Fak, wikomm ich hier raus? Wie komm ich hier raus? Da. Nö. Ähm, Meister! Was ist denn das? Weißt du, wo komm ich hier raus? Ja, wie komm mit mir? Bist du behindert? Hä, wie bin ich denn hier reingekommen? Alter, hier. Ich muss unbedingt noch ein paar Bögen machen. Ich hab noch ein Speer, okay. Meine Quäle. Handabdrücke von Venture hab ich da erst irgendwas gelesen. Ach, 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 ach Nichts. Zwei bis zur nächsten Belohnung. Gut, wir machen die jetzt fertig, die Spasten. Okay, 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 jetzt hatte ich ein bisschen Angst. Die müssen ein bisschen was für mich haben, glaube ich. Speer hatten die doch auch, die Wichser. Hier ist noch ein Handabdruck. Was bist du? Wow. Oh nice, Fähigkeit. Verbesserte Gesundheit. Was ist das? Okay. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gucken uns... Was ist das? Okay, dann gehen wir zum Spasten. Auf Wieder so eine Spasten, Alter. Die sind ja echt überall. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. sind doch wieder Bären oder so ja da ist einer guck hier müsst ihr echt aufpassen dass du nicht irgendwie gefressen wirst da sind noch 20 Bären oh die ziege hat mich hier schon verstehe ich nicht wir sind wieder Winter das ist mit dem das sind meine Venture Leute oder was oh Wildschwein Wolf Hallo Freunde kann ich nichts mit euch machen cool was brauche ich denn für Bögen äh für Pfeile meine ich oder 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 Alles klar Finde den Lightroll von 10 mehr die beste, damit sie an deiner Seite kämpft Drücke Y um deine Eule zu rufen, deine Eule kann aus der Luft Im Eulenmenü, oh hier hat er mit 12 aufgespiezt Türquälerei Was sind das für Typen? Die muss ich wahrscheinlich töten, oder? Die muss ich nicht töten, oder? Untertitelung des ZDF, 2020